Des Dieben Antwort von Johann Peter Hebel Einem Dieb, der sich mit Reden mausig machen wollte, sagte jemand, Was wollt ihr? Ihr dürft ja gar nicht mehr in eure Heimat zurückkehren und müsst froh sein, wenn man euch hier duldet. Meint ihr? sagte der Dieb. Meine Herren daheim haben mich so lieb, ich weiß gewiss, wenn ich heimkäme, sie ließen mich nimmer fort.